Katie Price zeigt stolz ihre neuesten Beauty-Operationen. Die britische TV-Persönlichkeit hat sich erneut unters Messer gelegt. Diesmal ließ sie ein Facelifting und eine Brustvergrößerung durchführen. Auf aktuellen Fotos zeigt sie das Ergebnis bei einem Shopping-Trip mit ihrem Freund JJ Slater. Das Nachrichtenportal Daily Mail veröffentlichte die Fotos von ihrem Ausflug. Laut dem Portal fand der Eingriff im September in der Türkei statt und kostete rund 12.000 Euro. Ihr neues Aussehen präsentierte sie in einem gewagten Outfit. Das Model betonte ihre Kurven mit einem superengen weißen Crop-Top. Dazu trug sie eine eng anliegende schwarze Lederhose und schwarze Moonboots. Eine cremefarbene Strickjacke und ein strenger Pferdeschwanz rundeten den Look ab. Durch die Frisur kamen ihre neuen XXL-Lippen besonders zur Geltung. Nicht nur Passanten konnten einen Blick darauf werfen, sondern auch ihre Fans in den sozialen Medien. In einer kürzlich veröffentlichten Instagram-Story zeigte sie ihren frisch geformten Kussmund. Sie sagte zu ihren Followern, Die Britin ergänzte voller Freude. Ich wollte sie noch dicker haben, deshalb habe ich den Filler gewechselt. Katie Price ist bekannt für ihre zahlreichen Beauty-Eingriffe. Mit 46 Jahren steht sie selbstbewusst zu ihren Entscheidungen. Trotz Kritik bleibt sie ihrem Stil treu. Ihre Fans scheinen ihre Wandlungsfähigkeit zu schätzen. Es bleibt spannend, welche Veränderungen sie als nächstes plant.